let's play rise of the true raider sowjetanlage teil 3 letzter teil und zwar kupferwerk gut wir kommen jetzt ja hier vom bahnhof oder was das war sind jetzt hier wieder zurück in der normalen großen sowjetanlage und sehen da links also links im segewehr könnte man das barbaya level starten der hier hat eine mission weil er grün leuchtet anzubieten und wir gehen jetzt aber einfach ganz normal im text weiter und zwar hinten in das kupferwerk da müssen wir jetzt durch da gehen wir darum den großen felsen rum links oder rechts ist egal dass wir da zu dem eingang kommen genau und da haben wir ein lager und müssen da die tür öffnen und da sind wir auch schon drin und wie immer zeige ich hier nur den prinzipiellen weg weil man kann hier links rechts oben unten alles mögliche sammeln aber wir gehen einfach nur mal den normalen weg weiter und hier kann jetzt dann lara diese flaschen benutzen muss man auch gleich mal machen mit der rechten schultertaste gedrückt halten kann ich die scharf machen die flasche mache ich hier mal gut und jetzt müssen wir die da rein schmeißen bisschen näher hingehen und dann genau da in die mitte rein ist müssen schwierig aber damit noch alle erwischen und dann ist nur noch links oben einer gehen müssen wir auch noch hier irgendwie nochmal so jetzt haben wir ja alle weg gut wie gesagt hier ist auch noch ein bonus grab rechts und jede menge zeugen noch zu sammeln aber wir gehen jetzt hier nochmal mit so einer flasche ans werk um da diese stoffdinger da weg zu bringen bisschen warten so gut und jetzt müssen wir mit seilpfeil darüber schwingen jetzt wieder akkobatik in luftiger höhe und einfach weiter da gibt es jetzt eigentlich viel zu erklären jetzt können wir den dann von hinten beseitigen genau ja und dann hier kann man auf mehrere arten rauf also ich nehme mir mal die leiter man könnte auch links irgendwie rauf aber ist ja egal und wir kommen dann zum nächsten kämpfchen schön langsam da unten da kann man jetzt eigentlich nicht viel sagen außer dass man die eben schnell beseitigen muss also da gibt es nicht viel zu erklären eigentlich man könnte ja mit feuer pfeilen giftpfeilen irgendwas pfeilen oder auch flaschen schmeißen was man gerade lust hat links sind auch noch ein paar da kann man auf das ölfass schießen da ist so ein rotes fass oder man kann auch was rüberschmeißen aber ich glaube so weit schmeißt sie gar nicht also auf das fass schießen hier geht auch ist aber auch nicht so aber man muss sie einfach irgendwie erlegen da gibt es keine taktik oder was also da muss man einfach nur schnell sein gut zielen das ist jetzt eigentlich egal weg mit dem ding und weiter noch ein bisschen munition sammeln und dann einfach rauf da können wir jetzt links oder rechts gehen das ist egal man kommt jetzt immer wieder hier raus und da muss man einfach weiter rauf und noch mal rauf und hier wieder mit seilpfeil rüberschwingen man könnte auch an der kante rüber klettern wenn man Lust hat und weiter naja da können wir noch Giftpilze nehmen für Giftpilze ja wir brauchen jetzt also könnten jetzt dann Giftpfeile gut auch mal hier nehmen aber erst mal tun wir die drei hier mit einer Flasche beseitigen bietet sich an muss man genau in die Mitte reinschmeißen ja gut und dann hier weiter auch wieder Flasche benutzen man könnte glaube ich oben auch auf das Rohr auf die roten Dinger da schießen an dem Rohr dann explodiert das also hier im nächsten Bereich kann man auch oben auf so ein Rohr schießen wo Gas rauskommt und könnte man auch machen genau hier so wenn man es trifft ja genau da aber naja gut ist eigentlich wurscht da wie gesagt gibt es auch keine besondere Taktik man muss da einfach durch ich ich stehe dazu nah am Feuer ja da muss man aufpassen hier brennt überall da ist also Vorsicht angesagt und dann die Treppe rauf da wirft einer oben mit Granaten den sollten wir irgendwie schnell beseitigen da oben hier gleich der da den kann man auch umhauen und da sind jetzt noch zwei oder drei da hinten und dann geht es rauf in den letzten Bereich da kommen erstmal zwei normale und dann drei mit Schutzschild und bei Schutzschild wird es schwierig natürlich wie immer weil da brauchen wir entweder Giftpfeile oder man kann jetzt die da oben stehen dann zwei links und rechts da kann man wieder auf das Rohr dann schießen Achtung jetzt gleich so jetzt kommen die drei mit Schutzschild einer ist unten und zwei stehen links und rechts oben ja genau da oben und jetzt kann man schnell mal da oben auf das Rohr schießen dann ist der eine schon weg und weglaufen wenn man jetzt hier verletzt wird muss man schnell weglaufen damit sich Lara heilen kann und jetzt schieße ich noch auf den anderen da oben also auf das Rohr besser gesagt hier das rote Dings da und jetzt muss ich dem hier noch ein Giftpfeil verpassen also Bogen nehmen und Giftpfeile auswählen und ein Giftpfeil rauf und so ist der dann auch bedient bedient und jetzt können wir dann den Ausgang benutzen hier genau und da sind wir schon wieder fertig müssen wir nur noch runter da ist wieder unser Freund und wir sind schon im nächsten Level und hier haben wir jetzt Lara als Freiheitsstatue sehr schön da ist so ein schönes Bild und Ende und dann ist es Andrew alle die Schaden.